Hallöchen, wenn das hier ein bisschen rumpelt und poltert, das sind wieder meine Nachbarn oben. Die müssen wieder auf den Sonntag oben Staubsaugen und Krach machen. Das ist komischerweise immer sonntags. Und das gleich nicht, jetzt ruhig ein Video machen soll. Ihr seht schon, ich habe hier was am Tisch. Da steht was mit 8mm. Ich war auf dem Flohmarkt, das ist glaube ich zwei Wochen her. Ich habe euch ja schon eine Sache gezeigt, die ich ja umsonst gekriegt habe. Das war diese Kurbeltaschenlampe. Da habe ich ja schon ein Video drüber gemacht. Fusioniert auch noch. Na jetzt gibt es noch Gewitter, egal. Da habe ich noch gekriegt, das schöne Teil hier. Ich hatte das erst in der Hand und habe mir gedacht, brauche ich es, brauche ich es nicht. Keine Ahnung, ach nimm mit. Mit ein paar anderen Teilen zusammen, glaube ich für 5 Euro oder was dazu waren, war keine Ahnung. Da steht auch nichts drauf, hier steht noch Made in Taiwan. DC 6V, 500mA. Da ist ein Doof-Service-Part da drin, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt aufschrauben kann. Da habe ich mal eine andere Taschenlampe. Wo habe ich die denn jetzt gelassen? Kurbeltaschenlampe müsste ich erst mal kurbeln. Ich weiß nicht, das ist glaube ich nur geklipst, so wie es aussieht. Aber ich denke mal, da muss ich nicht bei. Was ist das jetzt? Es ist kein Player, nichts. Das ist nur zum 8mm Videokassetten. Hi 8, hier steht jetzt Hi 8 Videokassette. Es gibt ja noch die normal 8. Zum Vor- und Zurückspulen. Da ist jetzt auch ein Counter. Ich habe es noch nicht in Betrieb gehabt. Ich habe mir jetzt hier schon mal so ein Universell-Kabel irgendwie gesucht. Da so mit 12 Volt Auto-Gedöns, aber das brauche ich ja nicht. Das ist den Hohlstecker. Das stecke ich da mal rein. Ich habe ja hier mal ein Universal-Letztteil. 6 Volt. So, und 500mAh, ich mache mal anderthalb. Das muss ich glaube ich auch anschalten. Also, es tut irgendwas. Allerdings bewegt sich hier nichts. Jetzt hat sich was bewegt. Aha. Rückwärts. Aha. Tut sich auch was. Ich habe hier eine Kassette, die war nicht ganz zurückgespult. Was kommt denn da rein? Rückwärts. Start. Und es spulte sie zurück. Oder vorwärts. Mit ein paar anderen Teilen zusammen. Warum nicht? Ich habe mir gedacht, warum nicht? Kann man so mitnehmen. Kann man nur rauchen. Gut. Das war die Geschichte. Ich habe noch was anderes vom Flohmarkt. Und zwar, das will ich jetzt mal holen. Das war jetzt hier bloß die Einleitung. Ich will mal was holen. Und das habe ich umsonst gekriegt. Nee, für einen Euro. Super. Okay. Vielen Dank.